Was geht ab Leute, Sane ist wieder da und zwar mit dem Kapitel Review zu One Piece Kapitel 963 mit dem Titel Samurai werden. Beginnen wir wie immer mit der Coverpage und wir sehen ein kleines Bild wo die Keimpiraten auftauchen. Ist wohl irgendeine böse Piratenbanne die momentan Dressrosa invadet und wie wir es schon von anderen Coverstories kennen ist es ja oftmals so, dass böse Piraten irgendein Land einnehmen und der Charakter um den es in der Coverstory geht dann gegen diese bösen Piraten kämpft und natürlich besiegt. Also können wir davon ausgehen, dass es einen Kampf geben wird zwischen den Batch Piraten und eben den Keimpiraten. Wir kriegen ein Flashback im Flashback und zwar sind wir wieder zurück auf so wo die ältesten Minks mit Inuarashi und Nekomamushi darüber reden, dass es vor Jahrhunderten ein Pakt geschlossen wurde zwischen dem Ming Clan und dem Kotsuki Clan. Wenn einer von beiden in Not ist, solle der jeweils andere kommen und ihnen zur Hilfe eilen. Direkt darauf sehen wir auf einmal wie Nekomamushi und Inurashi in einem Boot auf dem Meer sind und wohl Richtung Wano Kuni wollen. Jetzt ist so ganz die Frage, in welchem Einverständnis mit den Ältesten war das wohl oder sind sie einfach nur geflüchtet sozusagen? Naja, auf jeden Fall sind die beiden etwas überrascht, dass Wano Kuni so weit ist, denn in der Welt der Minks ist es so, dass die Welt eigentlich relativ klein ist, so aus ungefähr 5 Inseln besteht und das war's. Leider ist dem nicht so, weswegen sie Schiffbruch erleiden, aber zu guter Letzt trotzdem auf Wano Kuni stranden. Dort werden sie auch schon von den Einwohnern begrüßt. Und naja, begrüßt kann man eher so sehen wie man will, denn sie werden direkt gefangen genommen und auf einem Pfahl aufgehängt. Ja gut, lief wohl irgendwie nicht so, wahrscheinlich weiß nicht jeder in Wano Kuni eben über diesen Pakt Bescheid. Naja, vermutlich wissen es nur die Leute aus dem Kotsuki Clan nämlich. Auf jeden Fall, Oden ist zum Glück momentan dabei, einen Riesenfisch zu erledigen und sieht die ganze Szenerie, geht direkt mal hin und befreit einfach mal kurz um Nekomamushi und Inuarashi und meckert erstmal die Dorfbewohner an, hey, nur weil sie anders aussehen, müsst ihr sie nicht gleich gefangen nehmen. Was seid ihr nur für Spasten, ganz ehrlich. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, die Szene switcht mittlerweile zu Odens Haus. Sowohl Nekomamushi als auch Inuarashi als auch Kawamatsu, der dazu gestoßen ist, sind mittlerweile bei Oden angekommen und Oden sagt, ja, er kennt diese ganze Sache mit dem Kotsuki Clan und dem Ming Clan, denn sein Vater hat ihm irgendwann mal davon erzählt. Nekomamushi schmeißt auf einmal sein Essen fort, alle wundern sich erstmal. Es liegt einfach nur daran, hey, er ist eine Katze, hat eine Katzenzunge, ihm ist das Essen einfach zu heiß. Denn wie wir wissen, Katzen mögen kein heißes Essen. Kawamatsu währenddessen erzählt sein Geheimnis. Und zwar ist er gar kein Kappa. Nein, Kawamatsu ist ein Fischmensch. Wer hätt's gedacht. Auf jeden Fall ging seine Story wohl so, er und seine Mutter sind irgendwann an Wano Kuni angekommen. Seine Mutter war eine Meerjungfrau, die wohl schon über 30 Jahre war, denn sie hatte geteilte Flossen, so wie wir es damals bei Oma Kokoro gesehen haben. Auf jeden Fall, die Leute in Wano Kuni, wie wir ja schon mitbekommen haben, sind nicht gerade sehr tolerant, andersartigen Lebewesen gegenüber und haben natürlich auch erstmal die zwei gefangen nehmen wollen. Sie konnten zwar gerade noch flüchten, leider ist aber irgendwann Kawamatsus Mutter gestorben. Vor ihrem Tod erzählte sie aber zu Kawamatsu, Du mein Junge, wir Fischmenschen werden überall auf der Welt diskriminiert. Deswegen sag nicht, dass du ein Fischmensch bist. Sag einfach, du bist ein Kappa. Denn die Leute in Wano Kuni haben Angst vor Kappas. Ja gut, okay. Seitdem lebte auf jeden Fall Kawamatsu er alleine und ernährte sich bloß von Essen, das irgendwo einfach weggeworfen wurde. Das Ganze würde auch nämlich erklären, warum er so lange giftigen Fisch essen konnte, ohne zu sterben. Sein Körper war einfach schon so einiges gewohnt. Während dieser ganzen Konversation meckert Danjiro auf einmal Oden an. Und zwar soll Oden aufhören, Orochi Geld zu leihen. Denn so wie es aussieht, wurde Orochi mittlerweile von Yasui rausgeschmissen. Yasui hat ja irgendwie was geahnt, dass Orochi etwas am Lügen ist und wohl doch kein so ein koscherer Kerl ist, wie er immer tut. Naja, auf jeden Fall Oden als Gutmensch gibt ihm trotzdem natürlich immer Geld. Und ich weiß echt nicht wieso, ganz ehrlich. Dieser Orochi-Dude, dieser kleine Pisser, ähm, es wird Zeit, dass der einfach von der Bildfläche verschwindet, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall leben mittlerweile in Odens Haus sehr, sehr viele Personen. Dementsprechend wird auch das Geld ein bisschen knapp. Ein Grund mehr, warum es nicht Orochi in den Rachen schmeißt. Ähm, daraufhin beschließen sich nämlich die neuen roten Schwertscheiden, etwas Geld zu besorgen. Und zwar wollen sie bei Yasui einbrechen, holen sich eine Schatztruhe und nehmen das Gold und leben davon in Saus und Braus. Problem an der Sache nur, Yasui, gar nicht blöd. Ja, fängt nämlich die neuen roten Schwertscheiden. Doch anstatt sie zu bestrafen, gibt er ihnen sogar noch mehr Geld. Sie sollen sich mit dem Geld nämlich einfach ein paar Sachen kaufen. Und zwar ein bisschen Waffen, sie sollen den ganzen Schwertkampf und so lernen. Sie sollen sich Bücher kaufen, diese lesen und darin lernen. Umgangsformen, Manieren etc. pp. Denn sie sollen nämlich gute Retainer für Oden werden. Retainer, bei denen sich Oden einfach nicht schämen muss. Die neuen roten Schwertscheiden sind daraufhin von Yasuis Güte so überwältigt, sagt man mal, dass sie sich wirklich Schwerter, Bücher etc. kaufen, lernen wie verrückt, selbst ein Aschuraddoji, der auf einmal ein Buch liest, was ja nicht selbstverständlich ist und lernen gute Manieren und Umgangsformen. Das Ganze sogar so weit, dass es sogar Oden auf den Sack geht. Ja, sie gehen Oden wirklich auf den Sack. Was mir auch noch dabei aufgefallen ist, wenn wir uns mal den Denjiro angucken, denn mittlerweile ist er einfach ein paar Jahre älter, als wir ihn beim ersten Mal gesehen hatten. Er sieht schon so, ja, wenig ähnlich aus wie Kiyoshiro. Klar, Rob, ein bisschen andere Frisur etc. pp. Aber man kann schon so die Nase, die Gesichtsform. Vielleicht ist wirklich an dieser Theorie, Kiyoshiro ist gleich Denjiro was dran. Aber das halten wir uns mal ein bisschen noch im Hinterköpfchen. Die ganze Szene springt dann nochmal ein paar Jährchen nach vorne. Die neuen roten Schwertscheiden sind wirklich sehr solide Retainer geworden. Sie sind relativ stark geworden und sie wirken jetzt nicht mehr so Lachs und Lapifar wie früher, sondern sind wirklich gut gestandene Männer und Frauen. Selbst der Berggott ist wieder am Start. Ja, diese riesige Eber, den Oden einfach mal in zwei Teile geteilt hat. Denn interessanterweise, irgendwer hat es irgendwie geschafft, den Berggott wieder zusammen zu flicken. Also ich meine wirklich zusammen zu flicken. Er wurde horizontal in zwei Teile geteilt und jetzt ist er wieder zusammen mit einigen so Stichnahten. Okay, wenn das geht. Schön, okay. Okay, naja, auch Orochi hat es mittlerweile wieder geschafft. Er ist sowas geworden. Und zwar ist er mittlerweile ein Diener vom Shogun selber. Und da frage ich mich einfach, spricht sich Sukiyaki nicht mit einem Yasui ab? Die sind doch in irgendeiner Form hier irgendwie befreundet, verwandt, wie auch immer. Hat Yasui nicht gesagt, hey, vor Orochi, pass bitte auf. Naja, im gleichen Atemzug hören wir auf jeden Fall, dass es Sukiyaki mittlerweile immer schlechter geht. Einfach körperlich und er ist einfach in irgendeiner Form krank. Und hier kommt wieder die kleine Theorie, dass es bestimmt wieder der kleine Pisser Orochi war, der irgendwas ins Essen reintut und den Shogun langsam, aber sicher den Garaus zu machen, um selbst den Platz einzunehmen. Und dieser kleine Pisser hat es schon von Anfang an geplant. Die ganze Zeit. So ein... Okay, welche Worte darf man benutzen, ohne auf YouTube gestrikt zu werden? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Irgendwann später hört man davon, dass ein Schiff auf Wano Kuni gestrandet ist. Dieses Schiff ist nichts anderes als die Moby Dick von Whitebeard. Und endlich sehen wir Whitebeard in seinen jüngeren Jahren. Er war damals wahrscheinlich auch schon so um die 40, aber es war in seiner Blütezeit. Whitebeard Prime. Wir kriegen auch zu sehen, welche Mitglieder damals schon in seiner Bande waren. Wir sehen da zum einen Marco, der aber damals noch ein Kabinenjunge war. Wir sehen Vista, aber immer noch ohne seinen Schnauzer. Wir sehen auch Yosu, der zwölf Jahre alt ist, aber irgendwie komischerweise schon fast größer als alle anderen. Auch Rakui ist da, das ist dieser Dude mit diesem komischen hier Mario-Gedächtnis-Kettenhund-Ball-Gedönsel da. Auch der war damals schon in der Bande. Der heimliche Fan-Favorite Whitey Bay, welche ja eine Piratenverbündete vom Whitebeard ist, war damals nicht in ihrer eigenen Bande, sondern war damals noch Teil der Whitebeard-Piraten. Genauso auch wie André. Das ist dieser Dude, der etwas aussieht wie so ein größerer Affe, der einen Bruder bei der Marine hat, namens Kendre, glaube ich. Ähm, auch, wie heißt der Typ, oh Gott, Epoi, Epoi, ich kann es nicht mal aussprechen, Epoida, das ist dieser komische Raupen-Dude. Auch der war damals Teil der Whitebeard-Piraten-Bande, genauso wie auch Kingdu, Atmos oder auch Fosser. Auf jeden Fall sieht Oden die Whitebeard-Piraten, rennt direkt auf Whitebeard zu, springt, zückt seine Schwerter und clasht direkt mal mit Whitebeard. Haki-Funken sprühen überall rum, was uns einfach zeigt, sowohl Oden als auch Whitebeard hatten zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich schon Conquerors-Haki oder ähnliches. Ähm, komisch an der Sache ist einfach nur Oden sagt dann auf einmal, los, lass mich deiner Bande beitreten, ich will endlich hier weg. Und das ist wohl der Beginn, dass Oden den Whitebeard-Bande beitritt. Was vielleicht auch dabei interessant ist, wir hatten ja ganz, ganz früher mal eine Szene, wo Whitebeard noch mit seinen langen Haaren in seiner Prime-Zeit mit Roger irgendwo saß, getrunken hat und halt die über das D und so geredet haben und über das One Piece. Ähm, jetzt, ne, die haben damals über den D-Klang geredet. Dadurch, dass, ähm, in dieser Szene ein riesiger Wald mit Kirschblütenbäumen da war, geht man davon aus, dass es sich dabei in diesem Treffpunkt vielleicht um Wano Kuni gehandelt haben könnte. Und ich denke mal nicht, dass das Ganze passiert ist, nachdem Kaido Wano Kuni übernommen hat. Das heißt, es war wahrscheinlich schon davor. Möglicherweise während der Zeit jetzt, wo Whitebeard eben, ähm, auf Wano Kuni gestrandet ist. Es könnte sein, dass in irgendeiner Form Roger auch dorthin kommt. Das heißt, dass Whitebeard und Roger zur gleichen Zeit auf Wano Kuni waren. Wir kriegen dann möglicherweise das Gespräch zwischen den zwei mit und zwar erweitert. Denn wie wir wissen, hat ja Oda in einem Interview gesagt, dass wir auf Wano Kuni mehr über die ganze Geschichte erfahren werden und auch was das One Piece sein soll und sowas. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach passiert, dass man dann diese Szene von damals wieder sehen, Whitebeard spricht mit Roger. Und als Roger dann gesagt hat damals, ähm, möchtest du das Geheimnis der Ds erfahren? Ich erzähle es dir. Und dann wurde es ja abgebrochen und dass wir diese Szene jetzt einfach in einer erweiterten Version zu sehen bekommen. Und so dann irgendwie erfahren, was das One Piece ist, was das D ist, etc. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Das war auf jeden Fall Kapitel 963. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.